hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es hier eine runde shakes and fidget wir befinden uns heute auf eu4 ich weiß jetzt gar nicht welchen tag wir heute haben tatsächlich ja aber ist auch nicht so wichtig darum soll es heute in dem video gar nicht gehen denn wir reden mal heute darüber was mit dem berserker passiert ist und ob man jetzt eventuell nicht mehr so spielen sollte bzw zum server start picken sollte und ja da wollte ich euch auf jeden fall mal meine meinung wenn das euch natürlich dazu interessiert kundtun und dazu blicken wir mal zuerst einmal in die ehrenhalle denn eu4 ist natürlich der erste server wo sich diese veränderung der nerf sozusagen vom berserker ja aus drauf auswirkt und wenn wir jetzt mal hier reinschauen in die ehrenhalle dann sehen wir hier eine bunte mischung ja komplett verschiedene klassen sehr große vielfalt und das muss ich sagen das ist was was mir persönlich sehr gut gefällt eine gesunde abwechslung aus den klassen zum server start und das ist eigentlich das was mit dem nerf vom berserker beziehungsweise mit der anpassung des berserkers würde ich mal so sagen ja zeigt was das für auswirkungen hat auf die klasse beziehungsweise auf server starts denn sonst wenn man ja die ersten paar tage die erste woche vielleicht auch den ersten monat geschaut hat so dann haben die berserker immer sehr krass zum start die server den server start dominiert und man hatte ein blind pick gemacht man wusste okay ja ich will jetzt die ersten ja die erste zeit richtig durch rasieren nimmt man den berserker ja dass das war ja das war halt der way to go so ne dadurch sind die anderen klassen halt aber ein bisschen ins hinterstübchen geraten beziehungsweise haben halt leute das gespielt worauf sie bock gehabt haben in dem wissen okay mit dem berserker können wir jetzt halt eben nicht ganz so mithalten jetzt ist das ganze komplett even was die klassen angeht und es herrscht eine viel größere vielfalt was natürlich für das ganze game gesünder ist an sich und da muss ich sagen das ist erstmal schon eine sehr gute sache die die veränderung mit sich gebracht hat denn im prinzip sind jetzt halt alle klassen gleich und stehen vor dem gleichen kernproblem in den dungeons und das sind halt eben die magier ja und da jetzt der berserker auch nicht mehr unendlich durch pilzen kann und an den magiern easy vorbeikommt wenn er mal eine kombination raushaut das macht ihn halt eben gleich mit anderen klassen denn ja man hatte sich natürlich auch die frage gestellt warum können kann keine andere klasse irgendwas gegen den magier ausrichten also der magier annulliert ja quasi sämtliche fähigkeiten anderer klassen und der berserker war bis dato immer die ausnahme gewesen so und das hatte eben dazu geführt dass halt eben ja ich sag mal 70 prozent der top 31 eben berserker gewesen sind so und das ist halt eben jetzt gleich seitdem die anpassung passiert ist dass der berserker eben nicht mehr gegen den magier und endlich angreifen kann und eben mit den anderen klassen gleichgestellt wird so das macht den berserker aber jetzt nicht unbedingt zwingend schlechter in meiner wahrnehmung im gegenteil sogar ich finde dass der berserker jetzt sogar im pvp durch diese änderung ein wenig stärker beziehungsweise balancer geworden ist klar man darf natürlich nicht vergessen im pve hat jetzt der berserker ziemlich hart einstecken müssen so dass das kann man nun mal jetzt so sagen so und jeder der die klasse bisher so gespielt hat weil er wusste okay ja ich weiß woran ich bin hier ich komme an den magiern easy vorbei so das ist jetzt halt eben nicht mehr so der fall und dessen muss man sich jetzt halt eben bewusst sein wenn man ein berserker spielt wie gesagt das macht ihn aber als pvp klasse nicht unbedingt besser schlechter sage ich mal so denn dadurch dass jetzt eben der berserker nicht mehr die kombination gegen den magier aufbauen kann und der magier nicht mehr doppelten schaden gegen den berserker raushaut was die fights komplett random gemacht hat und ja sehr volatil die fights gewesen sind immer berserker gegen magier und das ist jetzt halt eben anders der der magier macht jetzt keinen doppelten schaden mehr gegen den berserker aber dafür kann der berserker halt eben auch keine kein rage gegen den magier raushauen und dadurch durch durch diese veränderung leidet er jetzt zwar im pve aber im pvp finde ich ihn jetzt sogar noch dominanter noch stärker weil wir wissen konstanz ist im pvp der way to go das ist alles wenn wenn ihr meine videos oder andere creator schon öfter verfolgt haben solltet dann wird euch jeder sagen wenn ihr in die dungeons geht dann nehmt euch eine waffe mit hoher spanne ja gerade zum anfang des server start sehen wir hier sehr viele leute die sehr hohe schadensspitzen an waffen spannen haben so das ist halt eben wichtig damit diese halt eben jetzt schnell in den dungeons vorankommen wenn man aber später im späteren spielverlauf sich in der ehrenhalle ein bisschen etablieren möchte und nicht so hin und her geschubst werden möchte das ist eben dieser dieses volatile wovon ich rede beim beim gerade beim berserker ist das so da die fights sehr random sind wurde das halt eben wurde da halt eben entgegengewirkt durch ja dadurch dass die falls ein bisschen kontrollierter werden gegen magier gegen andere klassen kann er ja nach wie vor immer noch von seinem rage profitieren aber gegen die magier sind die falls jetzt ein bisschen gebalanced da und dadurch sind ja finde ich den berserker im pvp sogar ein stück weit ausgeglichener ich will jetzt nicht sagen stärker aber ausgeglichener als pvp klasse und das ist denke ich mal eine gute sache also ich finde den berserker kann man nach wie nach wie vor immer noch top spielen auch die ja auch die combo die maximalkombination von 15 finde ich komplett fein also das ist auf jeden fall ja also fünf 15er combo muss man erst mal erreichen da kommt man definitiv an anderen dann schon gegnern immer noch sehr gut vorbei so das ist vielleicht eine auswirkung die sich auf hardcore pilzer im bereich von 0,01 prozent oder so darauf auswirkt dass jetzt mal irgendwie jetzt keine kombination ist die jetzt höher als 15 ist oder so aber das ist halt ganz ganz weit ab vom normalen durchschnittsspiel und hat daher keine auswirkung darauf großartig da hat es denn wirklich mehr auswirkung dass der berserker im pve nicht mehr ragen kann gegen den magier so wie gesagt man muss jetzt halt damit klarkommen die waffe ist eigentlich besser doch ja die ist besser man muss damit jetzt klarkommen dass der berserker halt eben wie jede andere klasse auch nicht mehr gegen den magier großartig weiter kommt allerdings halt eben finde ich persönlich im pvp bereich ja ein bisschen ausgeglichener ist und vielleicht nicht mehr ganz so schwankend in der ehrenhalle ist und deswegen nach wie vor immer noch eine klasse ist falls ihr diese spielen wollt die immer noch sehr gut ist man sieht ja auf dem server hier auch der der berserker ist nach wie vor immer noch okay vertreten aber es ist halt ein viel gesünderer server start von der klassenvielfalt her und das ist eigentlich was was ich sehr erfrischend finde im vergleich zu vergangenen server starts weil jetzt halt eben die anderen klassen auch ein bisschen mehr zum server start zum vorschein kommen klar man kann jetzt nicht mehr so auf diese krasse rekordjagd gehen auf die vielleicht früher welche gegangen sind oder so das geht jetzt halt leider nicht mehr da halt eben der der ja das nicht ragen gegen die magier schon ganz schöner einschnitt ist in dem bereich aber das sind halt auch eben nur sehr wenig spieler die halt auf solche krassen rekorde überhaupt aus sind ja also das ist auf jeden fall so so meine meinung zum berserker change er sorgt für eine viel größere klassenvielfalt zum server start nicht dieses one man dominating gegen gegen klassen wise gegen andere klassen so ist dieser anblick der der erfreut mich einfach muss ich sagen dass das ist abwechslungsreich das finde ich schön so ja das finde ich echt das schick das ist schön muss ich sagen ja und ja deswegen macht es den berserker jetzt per se nicht unbedingt schlechter wie gesagt sogar im pvp ist er ein stück weit sogar noch ausgeglichener aus meiner wahrnehmung und deswegen eigentlich nach wie vor immer noch eine sehr gute klasse die man spielen kann und die jetzt wenn ich jetzt ein berserker spielen würde jetzt nicht unbedingt viel unattraktiver macht als als er vorher gewesen ist so aber ja da könnt ihr mir auch sehr gerne mal eure meinung in die kommentare schreiben ich weiß das polarisiert ein bisschen das thema die berserker an sich sind natürlich die die an der stelle am meisten davon getroffen sind so aber vielleicht können die halt auch pvp technisch ein bisschen was dazu beitragen vielleicht so ein paar late game berserker falls wir schon ein paar haben dass das die mal ihre meinung dazu abgeben in den kommentaren wie die falls jetzt für die laufen und ja ansonsten kann ich da nur zu sagen nach wie vor immer noch eine sehr coole klasse und ja mehr gibt es eigentlich auch gar nicht großartig zu zu sagen das meiste haben wir ja jetzt abgefrischt ja leute da habt ihr auf jeden fall ja meine meinung zu gehört ich möchte mich wird mal interessieren wie eure meinung dazu ist ich hatte ja eine community umfrage gemacht da waren auch relativ viele für den change weil halt dass viele auch irgendwo abgefuckt hat dass der berserker immer so krass dominiert hatte und waren auch relativ erfreut über dieses neue update und deswegen ja sind die meinungen da zwar verschieden aber es sind nicht also es sind auf jeden fall mehr für den change als ich erwartet hätte ja leute das war es soweit von mir ich wünsche euch soweit auf jeden fall noch einen super schönen tag vielen lieben dank fürs zuschauen bis dato und bin gespannt auf eure kommentare alles klar das war es soweit macht's gut liebe leute haut rein und bis zum nächsten mal von 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 Vielen Dank.